Erleben Sie digitale Freiheit auf dem Partnerstand der Easy Software AG. Modern, kommunikativ und in neuem Design präsentiert der Softwarehersteller aus Mühlheim an der Ruhr vom 1. bis 5. März seine Lösungen für Archivierung, Dokumentenmanagement und Workflow, kurz ECM, auf der CeBIT der erfolgreichsten IT-Messe der Welt. Das ansprechende Ambiente des Messestandes der Easy Software AG bietet Raum für Gespräche und macht zudem das Kennenlernen der neuesten Produkte und Lösungen zu einem Erlebnis. Innovationskraft, Nähe zum Kunden und hohe Beratungsqualität vor Ort, dafür steht das Partnernetzwerk der Easy Software AG. In enger Zusammenarbeit ermöglicht dieses zertifizierte Netzwerk von Partnern maßgeschneiderte Lösungen für alle Bedürfnisse des Dokumentenmanagements. Durch die flächendeckende regionale Präsenz, national wie auch international, und durch die vielen Branchen- und Themenlösungen der Easy Partner finden Interessenten und Kunden immer einen für sie passenden qualifizierten Ansprechpartner in ihrer Nähe. Mit der neuen EasyCapture Plus Produkt Suite revolutioniert die Easy Software AG das tausendfach bewährte EasyCapture. Die neueste Generation überzeugt neben der Scan- und Extraktionsfunktionalität durch die nahtlose Integration in die Microsoft Office Produkte sowie die Unterstützung der standardisierten Druckfunktionalität einer jeden Windows-Applikation. Informationsfluss in Perfektion. Mit EasyDocuments 4.0 als Nachfolger von Enterprise E präsentiert Easy die ideale Lösung für kleine bis mittelständische Unternehmen. Sie ist schnell zu implementieren, weist eine Vielzahl von Out-of-the-Box-Ergänzungen auf, unter anderem für das Vertragsmanagement, die Eingangsrechnungsverarbeitung und die Personalakte und deckt dabei das gesamte Funktionsspektrum des Dokumentenmanagements in einem System elegant ab. Für den Zugriff über das Apple iPad sorgt zudem eine native iPad-App. So können Sie auch von unterwegs bequem an Entscheidungsprozessen mitwirken und Einsicht in wichtige Dokumente nehmen. Genießen Sie die gewonnene Flexibilität mit EasyDocuments 4.0. Mit über 10.500 Kundeninstallationen zählt die EasySoftware AG zu den führenden Entwicklern und Anbietern von Lösungen in den Bereichen elektronische Archivierung, Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management. Ob digitale Akten und Vertragsverwaltung, komplexe Workflows oder Archivierung, mit dem Einsatz von Easy-Produkten gewinnen Sie an nachhaltiger Flexibilität und Effizienz. Lassen Sie sich von der Easy Software AG auf der CeBIT 2011 inspirieren. Entdecken Sie Trends, erleben Sie technische Highlights und seien Sie dabei, wenn neue Visionen entstehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Fear Beantwortung ist die Drehung. Untertitelung des ZDF, 2020